Ich weiß nicht, was ich letztes Mittagsschlaf gemacht habe, dass ich deutlich weniger krank bin. Das größte Benefit ist wirklich der 24-7-Support, der WhatsApp-Support. Er hat auf alles immer eine kompetente Antwort und meistens in Minuten schnelle. Ich bin Florian, 24 Jahre alt. Ich bin vor ca. 10 Monaten bei Fabian im Coaching gestartet. Mit dem Ziel, auf jeden Fall Hauptziel war es, mein letztes Fett quasi wegzubekommen am Bauch. Damit habe ich immer große Probleme. Ich habe zwar einen guten Start gemacht, aber irgendwann war der Punkt anerlangt, wo ich nicht mehr von meinem Wissen her weiterkam. Ich habe Fabian dann angeschrieben gehabt und er hat mir sehr viel auch so geholfen, ohne dass ich überhaupt im Coaching bin. Er kam sehr menschlich rüber und konnte mir bei allen Themen, die ich ihn gefragt habe, sehr gut helfen. Ob es jetzt Fitness oder Mindset, andere Themen auch waren. Und dann irgendwann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, ob es nicht Sinn ergibt, ins Coaching zu starten, was dann auch so war. Und ja, jetzt bin ich hier. Also ich hatte das bekannte Mittagstief, mittags nach dem Mittagessen, vollen Bauch gehabt. Dann, ja, habe ich schon öfter mal die Woche einen Mittagsschlaf gemacht. Und dann danach Kaffee oder Koffein rein, dass man halt wieder bei Energie quasi ist. Und das war schon ein sehr großer Zeitfaktor natürlich, wo man dann Zeit vom Tag verloren hat. Mittlerweile ist das kein Problem mehr für mich. Ich weiß nicht, wann ich jetzt Mittagsschlaf gemacht habe. Und ja, also ich habe sehr viele Diäten in dem Sinne ausprobiert. Manche erfolgreicher, manche nicht so erfolgreich. Viele waren sehr auf Verzicht angelehnt, was ich gedacht habe, was man machen muss, damit man abnimmt. Aber das hat Fabian mich deutlich vom Gegenteil überzeugt. Man kann sich sehr gesund und abwechslungsreich ernähren und kann trotzdem zu seinen gewünschten Ergebnissen kommen. Das größte Benefit ist wirklich der 24-7-Support, der WhatsApp-Support. Also den Fabian, man kann ihn wirklich ja zu allen Themen fragen und egal was, er hat auf alles immer eine kompetente Antwort und meistens in Minutenschnelle. Man könnte sich fast vorstellen, dass man mit einem Chatbot schreibt, aber bei den Antworten ist das nicht so. Ja, das ist einer der sehr größten Benefits. Dann eine große positive Sache ist, dass ich deutlich weniger krank bin, weil ich früher schon mal öfter eine Erkältung und so hatte und jetzt auch hauptsächlich durch die Ernährung deutlich gesünder lebe und auch deutlich weniger krank bin. Was noch so ein Punkt war, Fabian verteilt die Arschtritte im genau richtigen Moment. Also ich weiß nicht, wie er es macht, aber er hat einmal wirklich auf den Punkt genau getroffen, wo die Motivation wirklich etwas flöten gegangen ist. Da hat er mir einen Arschritt gegeben, der mir zum Denken anschließen ließ und ja, er hat mir deutlich geholfen. Das war mir auch ein sehr wichtiger Punkt, dass er nicht wirklich tausende Klienten quasi bedient, sondern nur einen engeren Kreis hat, aber diese dafür auf persönlicher Ebene, mit auf persönlicher Ebene agiert und auch der persönliche Kontakt zu ihm. Er kam mir menschlich super rüber. Wir waren sehr gut auf einem Level, meiner Meinung nach und wir haben uns einfach super verstanden. Auch wenn Fabian jünger ist als andere oder andere große Fitnesscoaches, habe ich das deutlich bei der Erkenntnis, die er hat, nicht merken können. Ich habe jetzt schon öfter mal mit Fitnesscoaches gesprochen, die auch älter waren und da war die Expertise bei Fabian deutlich besser. Im Umfeld kriege ich doch deutlich öfter Komplimente. Eigentlich kann man schon sagen, fast jede Woche oder wenn man Leute länger nicht gesehen hat, fällt es auch deutlich auf, dass man immer wieder sagt, wie hast du es gemacht? Leute wollen Tipps von mir und man kann ihnen auch helfen. Und das ist für einen selber auch schön, weil man ihnen dann weiterhelfen kann mit dem Wissen, was man dann auch natürlich durch Coaching erlangt hat und man vorher auch nicht hatte. Ich würde sagen, lasst euch auf jeden Fall auf ein Erstgespräch ein, weil ihr habt nichts zu verlieren. Erstgespräch kostet nichts. Und ja, Fabian Wiedert ist echt ein klasse Typ. Ich kann nur gut über ihn berichten. Ich hatte keine schlechte Erfahrung bis jetzt mit ihm und ja, klasse Typ.